Heute beschäftigen wir uns mit Camtasia, einem Tool zum Aufnehmen von Bildschirminhalten. Die Software Camtasia bietet die Möglichkeit den eigenen Bildschirm aufzunehmen. Alles was am Bildschirm gezeigt wird, kann aufgenommen werden. Auf techsmith.de gibt es eine kostenlose Testversion. Für die Vollversion liegt die Einzellizenz bei knapp 270 Euro bzw. im Bildungssektor bei etwa 183 Euro. Im Einzelhandel kann Camtasia für etwa 220 Euro erworben werden. Nach der Installation und dem Start von Camtasia klickt man auf Neue Aufnahme. Hier kann auch direkt ausgewählt werden, ob nur ein Teil, ein kleinerer Teil oder ein Bereich definiert wird, der aufgenommen wird. Bei der zweiten Option kann ich die interne Webcam des Laptops oder des Tablets einschalten. Bei der dritten Kachel kann ich auswählen, ob das interne bzw. externe Mikrofon direkt mit aufgenommen werden soll. Musik kann übrigens im Nachhinein hinzugefügt werden, ebenso wie Geräusche oder sonstige Soundeffekte. Mit einem Klick auf Aufnahme starten wird die Aufnahme gestartet, nachdem der Counter auf Null gezählt ist. Nun läuft die Aufnahme und während die Aufnahme läuft, wird eben der ganze Bildschirm mit aufgenommen, egal was ich hier mache. Bei Mac wird hier oben ein kleines Symbol angezeigt. Und hier könnte ich beispielsweise auswählen, dass die Desktop-Symbole ausgeblendet werden. Sie sind nicht wirklich weg, sondern werden nur ausgeblendet. Nachdem das Bildschirmvideo oben über die kleine Kachel beendet wurde, öffnet sich automatisch das unter Anführungszeichen Video-Studio. Hier kann nun das aufgenommene Video bearbeitet werden. Zum Beispiel mit verschiedenen Anmerkungen versehen werden, bzw. zensiert werden oder auch ganz einfach animiert werden. Außerdem gibt es noch eine Spezialfunktion und der Cursor kann extra hervorgehoben werden. Ebenso ist es möglich, zitternde Bewegungen beim Cursor auszugleichen. Neben Anmerkungen oder Zensurrechtecken können nun unter Audioeffekte auch verschiedene Effekte auf das Video gelegt werden. Beispielsweise filtert dieser Effekt Störgeräusche einfach aus dem Video heraus. Das Ende und der Anfang können leicht beschnitten werden, bzw. auch in der Mitte ist es möglich, durch den roten und durch den grünen Knopf einen Bereich herauszulöschen. Es ist ebenso möglich, über den Freigabe-Button das Video als lokale Datei abzuspeichern. Hier kann direkt der Ort bzw. auch das Dateiformat ausgewählt werden. Zum Schluss fehlt nur noch der Klick auf Produzieren. Und jetzt wird das Video exportiert. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.